35 Feuerwehrleute aus Salzburg machten sich am Montag auf den Weg nach Griechenland, um beim Kampf gegen die verheerenden Waldbrände zu helfen. Die Mannschaft aus dem ganzen Bundesland werden planmäßig eine Woche in Griechenland bleiben und dann von einer zweiten Schicht in der gleichen Größenanzahl abgelöst, die wiederum eine Woche im Einsatz sein wird. Am Wochenende machte die Mannschaft die zehn Fahrzeuge, darunter vier Tanklöschfahrzeuge mit 3.000 bzw. 4.000 Liter Wassertanks und ein schweres Rüstfahrzeug mit Kran und Winde, um Bäume auf die Seite heben zu können, startklar und verluden die letzten Dinge. Neben den Ausrüstungsgegenständen wurden auch Zelte, Sanitäreinrichtungen, eine kleine Küche sowie Lebensmittel und Getränke eingepackt. Parallel zum Verladen aller notwendiger Dinge schauten sich die Mannschaft den Einsatz im Detail an, um zu wissen, welche Schwierigkeiten auf sie zukommen könnten und planten die Anreise. Am liebsten würde man per Fähre von Venedig nach Griechenland anreisen, Ob die Anreise per Fähre ab Venedig oder auf dem Landweg über den Westbalkan erfolgt, hänge aber vom genauen Einsatzort ab. Und diesen hätte die griechische Behörde bis Sonntagabend noch nicht bekannt gegeben. Die Salzburger Feuerwehrleute hätten jedenfalls genügend Erfahrung mit Waldbränden und würden wissen, was in Griechenland zu tun ist, auch wenn die Brände dort aktuell eine andere Dimension hätten, als man es gewöhnt ist. Die Feuerwehrleute müssten sich auf eine andere Ausbreitungsgeschwindigkeit und extreme Temperaturen einstellen. Durch die Grundausbildung und jährlich einige Waldbrandeinsätze in Salzburg und auch österreichweit würde man viel Know-how nach Griechenland mitbringen. A10 habe über den europäischen Zivilschutzmechanismus um Hilfe gebeten. Die internationale Katastrophenhilfe wird vom Innenministerium koordiniert und passiert im europäischen Raum auf sogenannten Einsatzmodulen. Der Salzburger Landesfeuerwehrverband hat die drei Module Waldbrand, Hochleistungspumpen und Erdbeben. Das zweite Modul mit den Hochleistungspumpen war 2014 in Serbien bei Überschwemmungen sowie im gleichen Jahr in Slowenien bei der Eiskatastrophe mit großflächigem Stromausfall im Einsatz. Feuerwehrkollegen aus Niederösterreich und der Steiermark unterstützen aktuell das ebenfalls schwer von Waldbränden betroffene Nordmazedonien.